Servus und willkommen zu einer neuen Folge von StoneBlock 2, Folge 22. Ja, der Verrückte ist wieder da. Aber wo verrückt? Ich brauche hier gleich mal ein bisschen... Äh... Genau, ich muss mit... Ich will keine Rose kaufen. Ich will Bone Meal, danke. Der ist nämlich fast leer. Ja, und bei dem geht's. So, gleich wieder weg. Ich habe jetzt auch hier die Kisten hier leergeräumt. Hab die jetzt auch ins Lager sozusagen mit integriert. Ähm... Teig ich euch schnell. Ich kann eigentlich sagen, so viel von den Pipes und so weiter brauchst du nicht. Aber, ähm... Ich möchte darauf Zugriff haben. Darum sind die hier mit drin. Also ich habe sozusagen jetzt diese ganzen, äh... Compressed mit rein. Ich habe jetzt hier die ganzen Aloys mit rein. Äh... Die Circuits mit rein von Mechanism. So, und dann haben wir hier jetzt dann die ganzen, äh... Abkleidernet... Logistics. Und hier hinten haben wir die ganzen Pipes von Mechanism. Alle bis Elite. So, ähm... Vorlaufend tut nix. Jetzt machen wir wieder unseren ersten, unseren, unseren Hauptspaß. Äh, wir müssen wieder mal, äh, mit den Hühnern spielen. Denn ich bin mit allen durch. So ein kleines Ritual, sozusagen. Also Smart Chicken kann ich weg tun, weil das hat kein Lock Chicken. Kohle, Snowball, Snowball, String, Rubber. Rubber ist neu. Hammer... Hammer mit Orange und Orange haben wir mittlerweile. So, gehen wir da rein. So, wir machen vier. Das heißt, du hast die ersten 16. Glückwunsch. So, dann haben wir hier das Flint Chicken. Äh... Kohle haben wir, Gunpowder haben wir, Eisen haben wir, Aluminium haben wir, Sulphur haben wir nicht. Flint und Gunpowder. Zack, zack, zack und... Äh, toll. Hier liegt noch Abfall rum. Schredder. Hat er nicht gesagt. Hat er doch. So, was haben wir denn hier? Lock und Orange? Ja, die haben noch nicht gewollt. Wie gesagt, dadurch, dass jetzt beide da vorne laufen, bekommen wir auch ein bisschen Ziehtüberschuss. So, da haben wir das erste Sulphur. Und da haben wir noch Go-Nix. So, wir schauen jetzt mal weiter. Bone. Grey Chicken haben wir. Iron Chicken haben wir. Light Blue haben wir. Lime haben wir. Pink haben wir noch nicht. Rot und Bone. Rot und Bone. Warte. Pink Chicken. Ne, haben wir noch nicht. Rein und gebe ihm. Sehr schön. So, dann können wir gleich da nach oben gehen. Rubber Chicken. Toll. Schon mal laufen. So. Dann kommen die raus. Ja, toll. Ne, ne, na, nein. Hey. Der laufende Holzstamm. Der nervt. So. Ähm. Zack, zack. Das darf ich nicht wegschmeißen. So. Also. Du kommst da rein. Du kommst da rein. So. Das heißt, wir schauen jetzt beim Lock Chicken nochmal vorbei. So. Rubber. Amber. Amber brauchen wir Lock und Water. So. Wie schaut es hier aus? Hier habe ich leider immer noch keinen. Die haben wir aber. Können wir auch gleich weg machen. Ein bisschen pink muss sein. Dann kommt der Rest von ganz allein. Zulfur will nicht kommen. Okay. Dann schauen wir nochmal bei Bone nach. Das waren auch richtig viele. Äh. Äh. Nickelhammer. Light Grey haben wir noch nicht. Das ist Grey und. Der. Auch wieder Spaß haben. Das gibt es doch nicht. Jawohl. Das passt. Das ist durch. Next it chicken. Und go. So. Light Grey. Hammer. Danke. Danke für die Blumen. Und. Auch hier. Gib's. Gib ihm. Da ist rein. Das rein. Das rein. Das rein. Hier kommt dahin. So. Wir sind jetzt wieder beim Bone. Silber ist Bone und Eisen. Bone und. Ruhig den Eichen da. Das finde ich sogar. Das ist sogar ein wertvolles Huhn. So. Sehr schön. Dann haben wir hier Amber. Amber. Nächster Vorhang geht zu. Viel Spaß da drin. So. Nein. Mal weg. Okay. Dann machen wir wieder weiter. So. Water Chicken. Schauen wir mal. Ich hoffe, dass ich jetzt nochmal langsam da. Amber. Obsidian. Prismarine Shard ist Lapis und Wasser. Wasser. Habe ich mittlerweile viel Lapis. Lapis und Wasser. Und. Äh. Ja. Machen wir gleich. 16. Mehr davon. Silber. Ja. Viel zu wenig. So. Orange. Ich hoffe mal. Orange. Rubber. Jawohl. Wir haben das nächste Huhn, das wurde nach unten gewandert. So. Dann haben wir. Orange. Pink. Purple. 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 Purple haben wir. Redstone. Rubby. Haben wir Rubby? Aluminium und Red. Ne. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich sowas gekreuzt hätte. Bin mir nicht mal sicher, ob ich Aluminium. Na, ich hab noch gar kein Aluminium. Hahaha. Das ist nicht so. Und Plattticken ist Slime und Red. Red. Und. Slime. Wie schaut's hier aus? Nicht gut. Hier schaut's gut aus. Wir freuen uns. Und. Lassen den nächsten Vorhang testen. Danke. Danke. Und tschüss. Ja. Jetzt haben wir wieder Bone White. Super. So. Nickel. Light Grey. Silber. Und. Tin. Tin ist Clay und Bone. Tin ist Clay. Clay und Bone. Den weiß ich definitiv, dass ich hab. Das ist ja für mich sozusagen. Ich nehm mir immer in Sessions auf. Das wisst ihr ja. Und. Wenn dann meine Session vorbei ist, dann kann ich dann ein paar von den Viechern hier wieder hochpimpen. So. Ähm. Da kann ich gleich den nächsten reinwerfen. So. Okay. Iron Chicken. Iron Chicken haben wir. Gold haben wir. Aluminium haben wir nicht. Es ist Eisen und Flint. Glaubt zumindest nicht, dass wir's haben. Ja. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, aber das ist auch irgendwie klar, ne? Dass die, dass die nächsten Hühnchen, äh, weitaus schwieriger sein müssen. Aber so schlimm ist auch schlimm. Aluminium. Ha. Ich hoffe, dass ich das noch nicht gerade gemacht hab. Ja. Mir dusseln ist es zuzutrauen. So. So. Da kommen die nächsten 16 rein. Da kommen die nächsten 16 rein. Da kommen... Äh. Bin ein bisschen doof. Hab ich doch gerade gesagt. Also das war Red und Slime, ne? Ist blatt. Jo. Da bin ich blatt. Weiß, blöder Wotwitz. Ah. Sehr schön. Wir können aufhören. Wir haben das Prismarine Chicken. Ich hab'n Pink. Hab' das pinke Chicken schon gehabt? Sehr schön. Ja. Kann man übersehen. Hatte, hatte ich auch mit Grau. Grau war wohl... Grau ist mein Lieblingshuhn in dem Pack. Hab' ich schon gemerkt. Das seh' ich ein paar Mal. Ja. Hab' ich dann was rausgenommen. Ja. So. Du kannst auch aufhören. Wir haben unser Zinn. Pin Chicken. Am besten auch noch Seeds rein. Dann sind wir jetzt fast glücklich. Ja. Und das... Blut will nicht. Okay. Also. Eisen. Wir haben... Inva haben wir auch noch nicht. Inva ist Nickel und Eisen. Ja. Das Problem ist halt... Das ist der größte Bereich halt... In dem... Äh... In dem Büchlein. Gleich nochmal 16 rein. So muss das gehen. Dritte Huhn. Inva. Oder Zweite. Ja. Und so. Wir schauen wieder Flint. Kohle. Gunpowder. Eisen. Aluminium. Hab' ich nicht. Sulfur. Sulfur hab' ich jetzt schon gemacht. Der Ember hab' ich gemacht. Sulfur hab' ich auch gemacht. Okay. Das ist sehr lieb von dir. So. Dann heißt es jetzt Inva. Das rein. Das rein. Das rein. Und ich bin endlich begeistert. Wir haben endlich das Bluthuhn. Die Bloodhound Gang ist wieder vereint. So. Nun kommt's da rein. Hier kommt da rein. So. Da haben wir jetzt ja gesagt. Genau. Stahl fehlt noch. Kohle und Eisen. Ha. Das sind sogar Hühner, die wichtig sind. Lass mich die ganze Zeit ablenken. Ich weiß. Flint. Haben wir Kohle. Gunpowder. Eisen. Alu. Amittlweile. Sulfur. Haben wir auch. Dann ist dieses Flinthuhn ist durch. Gut. Lapishuhn. Zyran. Okay. Das heißt ich und grün. Sehr schön. Danke. Und wir kriegen Stahl. Und wir schmeißen die Hühnchen wieder rein. Und die da machen wir so. So. Ja. Jetzt brauche ich dich bitte nochmal. Dark Oak. Okay. Dann heißt es jetzt nämlich das da. Das da. Und Schüsseln. Ich habe da nämlich so eine kleine Befürchtung. dass es mir nicht reicht. Und diese kleine Befürchtung ist gerade eingetroffen. Jetzt brauche ich hier. Dark. Oak. Wood. Einen Stack. Vielen Dank. Ich. Ich habe es. Ich habe jetzt einen Riesenschritt durch das AI System gemacht. Da bin ich immer stolz drauf, wenn ich den reiche. So. Jetzt muss ich dann auch gucken, dass ich es richtig mache. Jawohl. Und das ist das hier. Und jetzt brauchen wir natürlich. Chicken Breeder. Schöne ist, ich brauche genau 16. Gott sei Dank habe ich genauso Visite einstecken gehabt. Ich glaube, so weit war ich nicht mal auf dem Alten. Doch schön. Okay. Dann heißt es jetzt wieder das da und. Na genau. Also da bis 16. Und da bis 16. dann. So. Wir schauen nochmal beim Kohle nach. Kohle ist Lava. Grafit. Grafit. Habe ich schon Grafit? Muss ich nachgucken. Ich glaube, Grafit könnte ich schon haben. Das ist der Nachteil. Wenn man es jetzt so macht, wie es ich gerade mache. Grafit. Habe ich, wie es aussieht, noch nicht. Das ist der Silicon. Das ist der Dark Steel. Okay. Zyran. Die nächsten 14. So. Das war jetzt Kohle. Stahl haben wir Void Crystal. Haben wir, können wir auch noch gar nicht. Aber Grafit können wir. Das heißt, da kommt jetzt nochmal Ink dazu. Der hat keine Lust. Und ich lasse das jetzt Ding. Und wenn er die restlichen Beute, dann beutet er die restlichen. Ich hoffe, dass er dann überhaupt welche. Ha. Genau. Man muss nur über Beuten reden. Dann wachen auch die Hühner auf. Okay. 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 Weg. Weg. Ich habe schon gesagt, die untere Kiste wird bald platzen. Also, Lapis. Purple müsste man haben. Snowball. Black Quartz. Habe ich schon Black Quartz. Nein. Schaut nicht so aus. Okay. Dann fällt er erst noch weg. Prismarine habe ich, glaube ich, rein. Sapphire Chicken. Hallo. Habe ich noch nicht. Blue Slime ist Lapis und Slime. Purple Slime ist Lat und. Okay. Die zwei habe ich. Den habe ich noch nicht. Und Luna Reactive ist Redstone Crystal Chicken und Lapis habe ich auch noch nicht. So. Das Huhn kommt hier hin. Das heißt, das kann ich momentan nicht weitermachen. So. Goldhammer, Aluhammer, Conductive, Ironis, Redstone und Eisen. Das haben wir auch noch nicht. Kohle und Grey. Und wir machen mal weiter. Vielleicht. Sonst schaffen wir es nie. Sonst ist das die Folge Huhn. Sionhammer, Limehammer, Nickelhammer, Slimehammer. Limehammer, Emerithammer, Peridot. Silikon und Kaktus. Ich war vorhin vom Silikon Huhn gestanden. Silikon und Kaktus. Das schaut richtig aus. Conductive, Iron. So. Du kommst auch gleich hier hin. Ich bin zufrieden. Und ja, wir müssen es halt einmal richtig durchziehen, weil dann ist beim... Ja. Genau. Ich muss es so durchziehen. Was habe ich jetzt rein? Äh, Eisen und... Conductive, Iron war das, ne? Äh, Redstone. Huhn? Ich habe nur 15 Redstone. Ach, die habe ich... Nein, das ist schon Nummer 2. Ich habe sie doch richtig rein. Äh, so. Naja, ich verblöd hier. Inva habe ich... Lead habe ich noch nicht. Das ist Sion. Aber Sion ist, glaube ich, noch nicht fertig. Sion läuft noch. Genau. Das heißt, wir haben dann vielleicht noch ein oder zwei Silberhammer. Slack haben wir noch nicht. Das ist Redstone und Eisen. Ich bin ja gerade froh, dass ich dieses Huhn gerade, äh, da drin hatte. So. Ihr habt mir auch wieder was gehündet. Und ihr auch. Ein Slack checken. Schöne ist, Conductive Iron, äh, habe ich bald eine ganze Armee. Ich glaube schon drei. Slack. Danke. 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 So, und bevor ich jetzt das Eisen wieder reinschmeiße, schaue ich jetzt nach, ne? Slack haben wir. Stahl haben wir. Dark Steel haben wir. Electrical Steel ist Silikon. Mana Steel ist Garst. Haben wir noch nicht. Haben wir auch nicht. Ender Pearl. Ender Pearl-Hohn. Okay. Ich bin ja immer hellhauf begeistert, wenn nichts klappt. So, das heißt, Grey kommt rein. Redstone kommt wieder oben rein. Das hat man nämlich gerade raus. So, und Redstone. Glas haben wir, Kontakte fahren wir. Estonia Crystal mit Black Quartz haben wir leider noch nicht. Slack haben wir. Salpeter mit Sulfur. Sulfur läuft erst. Redstone Alloy. Silikon. Ja. Das Silikonhuhn ist jetzt gerade begehrt, glaube ich. So. Begehrlichkeiten. Zack. Und gib ihm. Du bist weg. Wir schauen uns das Kaktushühnchen an. Sfierenhammer, Limehammer, Nickelhammer, Slimehammer, Emeraldhammer, Parrothammer, XP. Ist mit Emerald. Da hoffst du dann eigentlich, dass du fertig bist, aber nö. Kommt mit dein Huhn. Okay. Full-Siding Iron. Läuft schon mal. Ja, am besten auch noch Seeds mitnehmen. Dann war das jetzt das. Paddy. Huhn. Weg. Weg. Kohle. Oh, Slack. Vor allem das Lustige ist, aus Slack kann Slack und Rich Slack rauskommen. Toll. Aus dem selben Huhn. Okay. Du kriegst wieder mehr. Und du hörst auf. Weil ich die zwei Hühner, die ich brauche, habe. Okay. So, Silicon. Bei Silicon habe ich doch gesagt, habe ich noch eins. Paddy dort habe ich, Redstone Alloy und Electrical Steel mit Eisen. Danke. Dann kommst du weg, du weg, du weg. Und ihr kommt da rein. Und du kommst auch da oben rein. So, wir schauen noch mal Redstone an. Redstone Glass. Äh, das, das, das. Redstone Crystal. Uranium. Mit Enderperlen. Sag mal. Aber ich ziehe das jetzt, glaube ich, zum ersten Mal so richtig durch. Dass wir auch wirklich die Hühner jetzt kriegen. Weil so weit kann ich mich nicht dran erinnern, war man nicht auf dem, im alten. Electrical Steel haben wir schon mal ein. Und da denke ich mir, gerade will er mich verarschen. Nee, ich bin, der will mich nicht verarschen. Ich bin, hm. Arsch. Da kann ich natürlich lange drauf warten. Kohle. Kohle. Steel habe ich. Void Crystal. Das kann ich nicht. Das, hä? Jetzt habe ich ihn da versucht reinzuschmeißen. Also Kohle ist, nein, Kohle kann ich nicht mehr. Grey. Ist Light Grey. Der läuft. Ist durch. Dann Emerald. Ist Palis. Das kann ich noch nicht. Prismarine. Hammer. XP. Ist Kaktusgrün. XP dürfte ich noch nicht haben. Okay. Okay. Ich bin schon beim Züchten. Ich bin schon beim Züchten. Das war dann der da, ne? Das Schlimme ist, dass die Hühner, die Arschlangen brauchen, also sozusagen die erste Runde haben. Die sind schon das erste Mal oben durch. XP. Das ist schon mal das erste ist da. Ich muss halt leider, ich muss leider noch ein, ein XP holen, ein Electrical Steel holen, ein Oranium holen. Vor allem das lustige ist, wenn man die anschaut, ne? Ja, das ist leicht, leicht heller als das. Super, machen es die Nuancen aus. So, da rein. So, wir machen weiter. Gunpowder. Gunpowder hat Water und Sulfur. Läuft und ist durch. Wasser. Amber, glaube ich, läuft. Obsidian Hammer. Prismarine läuft. Salt Hammer. Oh, da gibt es zwei. Es gibt die Shards und die Crystals. Sehr schön. Wir haben unsere XP-Checken. XP-Checken. Ich glaube, das Huhn wird richtig... Es wird auf jeden Fall schneller sein, als die meisten anderen. Das weg und das weg. Die kommen unten rein. So, nochmal Kaktusgrün. XP. Halt. Nochmal, nochmal gucken. Kakao, Cyan Hammer, Lime Hammer, Nickel Hammer, Slime Hammer, Emirate Hammer, Petit Dot. Hammer läuft und XP läuft auch, also ist das Huhn durch. Emerald. Hammer noch nicht. Prismarine Crystal. Muss ich jetzt leider gucken. Prismarine-Shards Hammer. Prismarine-Shards Hammer. Okay. Dann bist du dann... Wasser. Wasser. Das ist sehr schön. Das haben wir auch endlich fertig. Irgendwie mache ich drei Kreuzchen, wenn ich mit den Hühnern fertig bin. Wird noch schlimm genug. Vor allem, jetzt habe ich dann richtig Arbeit. Dann brauche ich dann nichts sagen, ich habe nichts zu tun. Prismarine-Crystals. Sehr schön. So, wir schauen wieder beim Eisen nach. Gold, Aluminium, Conductive, Invar, Elite. Ne, geht noch nicht. Osmium, Neter und Eisen. Das ist eigentlich das wichtigste Huhn. Und das ist eigentlich das, wovon ich eigentlich... Warum? Dass ich eigentlich die ganzen Käse hier mache. Ist doch super, oder? So, du kannst aufhören, weil ich habe meine. So, das da und das da. Nein, dich nicht. Aber dich. Also, ich bin jetzt... Ich höre spätestens auf, wenn entweder alle Plätze voll sind. Oder ich keinen Huhn mehr machen kann. Das wird jetzt durchgezogen. Knöppel hat... Ah! Osmium. Hammer. Haben wir auch gleich vier. Kann auch ein wenig schneller laufen. Wir haben richtig viele Seeds gehabt, ne? Wir sind jetzt bei... 700. Danke. Danke, danke, danke. Das weg, das weg. Okay. Das ist Uranium Chicken. Kann ich dann hier das Licht ausmachen und es leuchtet dann? Okay. So. Also. Wasser Chicken. Amber. Ja. Obsidian. Ja. Läuft. Läuft. Glutonium Chicken. Ja. Ne. Also. Das heißt, du kommst dahin. Ich tue die schon mal eine Reihe weiter rauf. Ich kenne mich. Silicon Chicken. Electrical Steel, Paddy Dot und Redstone Alloy. Müssten eigentlich alle laufen. Ist weg. Emerald. Fehlt mir halt noch das. Prismarine habe ich. Das habe ich. Und dahin. Eisen. Osmium habe ich jetzt gemacht. Silber Hammer. Slack Hammer. Stahl Hammer. Dark Steel Hammer. Electrical Steel Hammer auch. Eisen und Void kann ich noch nicht machen. Dark Steel kann ich noch nicht machen. Kann ich noch nicht machen. Hammer. Das Huhn ist auch fertig. Neter Quartz. Closed Down Hammer. Black Quartz. Glaube ich Hammer. Glas. Lava. Und Osmium. Hammer. Black Quartz. Nein. Black Quartz ist. Eine Fantasie von mir. Oder ich habe es hier drin. Das ist jetzt halt der Nachteil. Wenn man 1000 Hühner macht. Welche habe ich denn jetzt schon? Wer will ja über Strichlisten-Track. Ja, habe ich ja. Aber ich habe jetzt gedacht, ich muss jetzt ein bisschen übertreiben. Nein, haben wir nicht. Nein. Also, kommt. Und. So. Black Quartz. Dafür brauche ich noch Ink. So sehe ich gerade kein Ink. Sehe. Sehe kein Ink. Bin blind. Sehe hier ein Ink. Da reißt der die Augen auf. Also, ich habe hier sieben. Habe ich irgendwo Ink rein? Und ich habe es übersehen. Ja. Ja. Ich habe es übersehen. Blind Fisch. Okay. Nächsten. Redstone. Hammer. Hammer. Läuft. Hammer. Läuft. Salpeter ist mit Sulfur. Läuft. Redstone. Läuft. Uraniumhammer. Redstone. Crystal ist Prismarine. Geht nicht anders. Ha. Jetzt geht es etwas schneller. Enderium. Ist Platinum. Haben wir noch nicht. Forsading haben wir. Uranium haben wir. Vibrant haben wir noch nicht. Eelorium ist Glowstone und Enderperle. Das ist doch auch schon, was man so hinkriegt. Das heißt, der Big Reactor kommt auch schon in die Nähe. Vor allem ist das Lustige. Ich möchte eigentlich einen Big Reactor bauen. Und auf jeden Fall auch noch die anderen. Also, die Ebene, wo die ganzen Power Engines stehen, die wird voll. So. Soul Send. Weiter. Solarium ist Gold und Soul. Hammer. Das weiß ich rum, dass ich ab und zu ein... Was? Achso. Er hat sie doch mitgenommen. So. Dich und dich. Die zwei hier rein. Und dass das jetzt mal drei geworden sind, ist auch nicht schlimm. Das lustige ist, wir sind ja schon fast fertig. Das hat er nicht. Da kann ich gleich den nächsten 16 reinjagen. Da kann ich auch was reinjagen. So. Nochmal Ink. Greyhammer. Stringhammer. Blackquarzhammer. Grafit. Läuft. Soweit ich weiß. Fertig. Neterquarz. Glowstonehammer. Blackquarzhammer. Glashhammer. Lavahammer. Osmium. Läuft. Fertig. Das ist doch, was ich sehen will. Glowstone. Orangehammer. Goldhammer. Kupfer. Kakao. Braun und Gelb. Ja. Läuft noch nicht. Ich glaube, Zinn habe ich, aber die habe ich noch nicht. Jawohl. Die kann ich auch raus tun. Hier zwei rein. Und die nächsten. Dankeschön. Copper. Glorium. Danke. Kannst aufhören. Das werden bestimmt auch schon einige sagen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Was meint ihr, was ich zu tun habe, wenn ich die machen muss? Voll hoch büchten. Okay. Soulcent. Solarium. Fertig. Dann haben wir Gold. Blazorat haben wir. Diamanten haben wir. Elektrum. Können wir noch nicht. Energetic. Energetic Alloy. Glorstone und Gold. Habe ich jetzt den gemacht? Ich weiß auf jeden Fall. Glorstone habe ich irgendwas gemacht. Aber ich glaube, das war was anders. Habe ich denn jetzt bei Glorstone gemacht? Ich glaube, das ist ein Solarium auf jeden Fall. Ich muss gucken. Wird langsam fielen. Vor allem, wenn ich das dann alles noch aufbauen darf. Die müssen ja auch irgendwo wohnen, die Viecher. Ha. Danke. So. Dann lasse ich ihn jetzt zum Kupfer auch schon mal. Den lasse ich gleich da. Ja. Ich gebe ihm gelb. Ist durch braun. Leder Chicken. String. Ich finde jedes Mal einen Huhn, das ist, wo ich definitiv noch nicht habe. Das ist ja furchtbar. So. Enderpan. Oranium habe ich. Vibrant habe ich. Raconium. Dafür brauche ich Pick Iron. Terrasteal ist Prismarine. Das habe ich auch noch nicht. Und Draconium habe ich auch noch nicht. Also das ist ein Huhn, das, wo ich nochmal anfassen muss. Diamant. Diamant Emerald habe ich. Enderpan habe ich. Cinnabar. Richlack habe ich noch nicht. Dann kommen ist Lederhuhn rein. Freue ich mich drauf. Das heißt, ich habe jetzt nicht nur die Chickens, sondern dann auch noch das. Kakaobrauen und String. Die zwei weg. Die zwei weg. Bitte lasse mich jetzt auch mit dem. Neterwarzen haben wir definitiv. Und Kupfer. Und Kupfer. 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 Kann ich noch nicht machen. Und Platinum Chicken mit Silber. Habe ich Silber? Ist Silber Chicken schon? Nee, ne? Dann kommst du auf die Halde. Das Kupfer Chicken ist fertig. Bone. Grey. Eisen. Light. Lime. Pink. Nickel. Light Grey. Silber. Zinn. Ja, 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 ja. Da ist hier mit Blaze. Das habe ich noch nicht. Und vor allem, wir wissen definitiv. Habe ich jetzt das Huhn hin? Die Verwürde, Mensch, da. Ja, ja, ja. Das wird noch lustig. Wenn ich jetzt schon so drauf bin. Ja, aber wir haben einiges vor. So, ich habe hier das Gold Chicken. Äh, nee. Schmarrie. Garst. Bone White. Aber es ist doch das. Schätz mal, ich würde bald nichts mehr machen, weil ich kein, weil ich einfach keine Zins mehr habe. Diamond. Fertig. Bin ja ab und zu froh. Das ist einfach nur das Kohlehammer, Snowballhammer, Stringhammer, Rubberhammer, Amperhammer. Magical Wood. Mit XP. Geht noch nicht. Die Hühner wandern wieder einen rauf. Die wollen dann da rein. So, Sand. Gunpowderhammer, Redstonehammer, Clayhammer, Silikonhammer, Zyanid. Gelorium wartet noch. Enderperle und Kobalt. Garstier wartet noch. Obsidian. Darksteel. Fertig. Salt. Fertig. Snowball. Clay, Wasser und Bliss. Auf der Halde. Clay, Slime, Silikon und Tin. Fertig. Red Chicken. Kakao, Orange, Pink, Purple, Redstone, Ravi und Blood. Müsste fertig sein. Lava. Blaze. Hammer, Obsidian Hammer, Salzhammer. Fertig. Hey, wir kommen auf ein Ende zu. Lime. Fertig. Slime. Magma Cream. Mit, mit Blaze Rod. Den brauche ich gleich. So, Darksteel. Fertig. Blue Slime. Fertig. Light Blue. Fertig. Und, Purple. Magenta. Der fehlt noch. Glaube ich. Muss wahrscheinlich jetzt durchfegen. Ob ich Magenta irgendwo habe. Ich glaube nämlich, das fehlt noch. Dann habe ich aber ein Huhn übersehen. Ja, Magenta fehlt definitiv noch. So, Purple und Pink. Ah, nee, dann ist es auf Halte, weil Pink ist glaube ich noch nicht fertig. Das ist glaube ich irgendwo da hinten oder da oben. So, ein Garstier, haben wir durch. So, das war Blaze und Blaze und Slime. Ah, das war Blaze und Slime. Okay, so, dann kommt hier mein Garstier rein. Will er nicht am Arsch der Welt rennen müssen? So, dann schauen wir nochmal rein. Gold. Solarium haben wir noch nicht. Solarium haben wir Stoneburned. Okay, haben wir noch nicht. Iridium haben wir auch noch nicht. Ist auf Halte. Glowstone. Netawarze haben wir. Energetic haben wir. Lumium haben wir noch nicht. Das ist auf Halte. Und Iridium haben wir gerade produziert. und Bonewhite. Ich habe noch einen Huhn übrig. Das kann ich dann, ja okay, doch, ich muss schauen, ob ich es auf Halte sitzen muss. Greyhammer, Eisenhammer, Lighthammer, Limehammer, Pinkhammer, Nickel, Light, Silber, Zinn. Und Garstier haben wir gerade gemacht. Das ist fertig. Wir sind fertig. Wahnsinn. Einfach nur. Wahnsinn. Nein, wir sind nicht ganz fertig. Ich habe es zu früh ausgesprochen. Tut mir leid. Ja, aber wir möchten heute noch fertig werden. Danke. Slime. Magma Slime, Blue Slime haben wir. Blood Chicken haben wir. Dann ist der fertig. Dann stelle ich dich da hin. Und Blaze. Ich glaube, ich fehlt noch Bliss. Garst haben wir. Magma haben wir. Basalt haben wir noch nicht. Brass haben wir auch noch nicht. Adid können wir auch noch nicht machen. Das ist definitiv ein Huhn auf Halte. Und ich halte es nicht aus, aber wir haben die Hühner so weit durch, dass ich jetzt maximal die Hühner da durch peitschen kann. Das war auf jeden Fall die längste Hühnerfolge ever. Wird aber ja, einmal wird es noch glauben. Ja, was heißt noch einmal? Es wird noch ein paar Mal so nebenbei kommen, weil wie gesagt, wir haben die meisten. Wie gesagt, die, wo jetzt auf Halte sind, die fehlen noch, plus die neun. Und dann, ja, Freude. Apropos Freude, der freut sich auch, wenn ich ihn mal befreie. Und wie ihr seht, ich kann mittlerweile auch weiter, ich habe noch mal sechs von den Dingern rein. Ich hoffe, dass ich bis zum Ende der Basis komme. Schaut gut aus. So, was heißt das jetzt für mich? Wir werden jetzt beim nächsten Mal uns um die Felder hier kümmern. Müssen wir, müssen wir tun. Das heißt, ich werde auch dann anfangen, die ganzen Wachstumsteile, die wo da vorne sind, so, au, also die da, sozusagen dann mal mit hinten integrieren. Ich weiß, ich muss die Küche noch machen, dass ich das auch endlich sauber aufräumen, weil momentan habe ich die einfach nur provisorisch im Lager. Und ja, ich will es einfach machen, dass ich es auch drin habe. So, und jetzt bin ich natürlich total fröhlich und hau die mal da rein. Falsch. Die müssen natürlich hier rein. So, wir haben wieder 1000. Ich werde die nämlich auch brauchen. Okay, dann sind wir durch für heute. Wir haben rum geschickt und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. . ich bin da.